Hallo ihr Angler da draußen. Heute war ich Angen gewesen. Der Besitzer möchte nicht, dass gefilmt wird. Jetzt bin ich zu Hause und werde die Fische filetieren und daraus Fischfrikadellen herstellen. Von den größeren Forellen habe ich filetiert. Die kleinen werde ich demnächst räuchern. Die Fischfilet geschnittenen Stücke kommen jetzt in den Kühlschrank und borgen durch den Wolf. Wir Fischfrikadellen. Wir benötigen Paniermehl, Zwiebeln, eine Kartoffel, zwei Eier, Knoblauch, Petersilie. Und das alles werden wir durch den Wolf jagen. Ich habe die Forellenfrikadellen vorbereitet und jetzt werde ich sie auf dem Rosonik Korra zubereiten. Übrigens, der Rosonik Gaskorra ist ideal für eine Notsituation, wenn es zu einem Blackout kommen sollte. Ich habe aus vier Lachsforellen, die circa ein Kilo bis eineinhalb Kilo hatten, 24 Stück herausbekommen. Ich habe aber auch schon genascht davon. Seht euch das an. Wunderbar. Das waren die Fischfrikadellen. Wie gesagt, probiert es aus, ist wirklich super. Ich kann es natürlich wieder nicht lassen. Wie soll ich sagen? Schau gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Angelsport Helfrisch. Wir sehen uns. Tschüss.